Die freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Mein Name ist Christian Lausch, meine Funktion ist Nationalrat, Abgeordneter zum Nationalrat seit 2008, Bereichsprecher, ich beteke ab den Strafvollzug im Justizbereich und im öffentlichen Dienst. Wo sind Sie geboren, wo wohnen Sie aktuell? Gebürtiger Hollerbrunner und bin im Bezirk Hollerbrunn natürlich zu Hause in Ziersdorf seit 2020 und fühle mich dort sehr wohl und das ist mein Lebensumfeld und ich war auch 15 Jahre regional tätig, Gemeinderat der Stadtgemeinde Hollerbrunn. Was sagt man gerne in Ihrer Gegend? Trinkt man einmal, ist dieses Weinviertel und das kann man als typischen Weinviertlersatz bezeichnen. Wohin in Österreich fahren Sie gerne für einen Ausflug oder auf Urlaub? Ja, ich liebe die Steiermark, also den Süden von Österreich, also ich bin sehr gerne in der Steiermark und in Kärnten. Kärnten wegen die Seen eh ganz klar, da kenne ich mittlerweile schon fast alle und die Steiermark gefällt mir einfach so landschaftlich total gut, am Berg gehen und das und dort. Also Steiermark und Kärnten, das sind meine Lieblingsgebiete in Österreich. Was schmeckt Ihnen? Ja, ich esse sehr, sehr gerne Schnitzel, was jeder gerne isst, aber eigentlich mein richtiges Lieblingsessen, das sind irgendwelche Kartoffel, Gemüseaufläufe, das isse ich besonders gerne. Ja, trinken, Weinviertel Wein, Weinviertler Wein natürlich, ja, vorzugsweise, ja, ab und zu auch Birchen, aber ich trinke auch sehr gerne alkoholfreie Getränke, aber ein gutes Birch am Abend oder ein Glas Wein, das ist schon was Gutes. Ihre Beziehung zu Sport und Bewegung? Ja, leider geht es, aktiv wird besser, aber natürlich muss ich sagen, passiv, Motorsport und vor allem Fußball. Ich bin ein alter Red Bull Salzburg-Fan und ja, da machen wir jetzt in meiner Gegend nicht sonderlich beliebt, das sind die meisten Rapidler, aber trotzdem, ja, das verfolge ich sehr gut. Auch das Nationalteam gratulieren, auch so den tollen Erfolg, dass Sie jetzt bei der Euro dabei sind, das verfolge ich schon sehr, sehr intensiv, wenn es die Zeit, die Freizeit zulässt. Wie sind Sie am liebsten und häufigsten unterwegs? Ja, das kann ich jetzt ganz, ganz leicht beantworten, natürlich mit meinem Motorrad. Ich fahre, ich bin ganz Jahres-Motorradfahrer, außer bei Glottes und Schnee. Temperaturen machen wir nichts, ich fahre bei minus 10 Grad genauso mit dem Motorrad. Also ist einfach, tut mir einfach gut, ist ein gewisses Freiheitsgefühl und in Wien mit den Parken ist es so ein Wahnsinn. Also in dem Sinne bin ich sehr, sehr gerne auch draußen im Weinviertel zu Veranstaltungen mit dem Motorrad. Also ohne mein Motorrad geht gar nichts. Haben Sie Haustiere? Ja, natürlich. Also dadurch, dass wir eine Patchwork-Familie haben, sind und drei Kinder im Haushalt leben, hat jedes Kind seinen Hund. Das sind Gott sei Dank kleine Chihuahuas. Also wir haben drei Chihuahua und die Cookie, das ist, was ist das, schnell, warte, warte, jetzt hast du mich schnell gefragt. Das ist ein chinesischer Schopfhund, das mir noch einfällt. Aber die sind sehr, sehr lieb, sind sehr, sehr ruhig und sind im Garten genauso und im Winter jetzt dann eher im Haus. Ja, also, aber wie gesagt, ein richtiges Haustier für mich selber, nein, hätte auch nicht die Zeit dazu. Aber durch die Kinder haben wir sehr, sehr viele Haustiere, nämlich vier. Wie entspannen Sie am besten? Ja, meine Entspannung ist, muss ich sagen, der Couch-Potato vor dem Fernseher. Da sind mir dann noch aktuelle Sachen, was mich interessiert, Servus-TV und, und, und. Wenn es die Zeit zulässt, schaue ich mir das, da kann ich am besten entspannen. Auch oft an das eine oder anderen freien Wochenendtag verbringe ich dann auch vor dem Fernseher. Sehr, sehr gemütlich, entspannend. Und am Abend meistens, der Ausklang ist dann meistens ein Besuch beim Heurigen. Wobei werden Sie schwach? Ja, da muss ich jetzt sagen, bei meiner Frau. Was kann Sie aufregen? Hm, schwierig. Ist okay, der politische Gegner, also in der Politik, da kann ich schon oft sehr emotional werden. Wie gesagt, mit den Zwischenrufen und so, das regt mich eigentlich schon auf, wenn da irgendwelche Behauptungen sind, die was eigentlich da im Plenum, im Parlament, in der Politik behauptet werden. Oder man lest es auch oft in den Zeitungen und man weiß aber, dass das ganz anders agiert wird. Diese Falschheit in der Politik, das kann mich schon sehr aufregen. Wem wollten Sie schon immer was sagen? Ja, ich würde unseren Nachbundeskanzler empfehlen. Die ÖVP hat immer gehabt einen Schweigekanzler und eine Schüssel. Und da war es auch besser, wenn der Kanzler Nehammer, weil es ein bisschen peinlich ist, auch in der Europa- und weltpolitisch. Weniger ist oft mehr und er sollte sich in gewissen Aussagen eher zurücknehmen, weil das, denke ich mir, ist für das ganze Land und für ganz Österreich nicht gut. Welche Person hat Sie geprägt? Wir haben halt immer sehr, sehr getaugt, die Römer mit dem Römischen Reich. Das möge aber natürlich auch vielleicht daran liegen, weil ich auch in der Kindheit und heute noch gern Maastricht-Filme anschaue, die Galia und die Römer. Also das Römische Reich, das war schon ein bisschen imposant und hat man schon Ding. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das ein Vorbild jetzt ist. Mein eigentliches politisches Vorbild, kann ich sagen, ist, muss ich sagen, wirklich der Michael Schnedlitz und der Herbert Kickl. Warum sind Sie zu den Freiheitlichen gegangen? Ja, ich entstamme einer sozialdemokratischen Familie. Und da habe ich eigentlich immer gesehen, wie dort schon agiert wird, gemütlich und jeder hat sein Packerl. Und wie ich dann in den Bundesdienst eingetreten bin als Justizwachebeamter, was ich ja immer noch ausübe, muss ich sagen, habe ich gesehen, wie da Rot und Schwarz, Gewerkschaft, öffentlicher Dienst, Goethe, agiert. Und da war es mir wichtig eigentlich, dass mehr Gerechtigkeit, mehr Freiheit und mehr eigene Gedanken zulassen werden. Und das hat mich eigentlich, muss ich sagen, sehr, sehr geprägt. Und das hat mich eigentlich gleich einmal zu den Freiheitlichen gebracht, weil ich kann mich natürlich mit fast allen identifizieren, weil ich sage, das ist der richtige Weg, das ist meine Politik, das ist mein Gedankengut. Und ich muss wirklich sagen, dieses Herumgeheuchelt auf Rot und Schwarz, das hat mir schon im Bundesdienst nicht getaugt. Und das war eigentlich das, dass ich mit 18 Jahren, wo ich eingetreten bin im Bundesdienst, dann schon mit 19, 20 total ein totaler Freiheitlicher war. Wie war Ihr persönlicher Werdegang innerhalb der FPÖ? Also mein Werdegang war, ich habe mich zuerst einmal im Bundesdienst engagiert, habe dann auch personalpolitisch kandidiert für die AUF, war dann einige Jahre Vorsitzender der AUF Josefstadt, der größten Justizanstalt, war dann fünf Mandate von acht. Und da wird man eben gewählt von den Menschen, wenn man was für die Leute macht, wenn man für die Leute da ist, wenn man Gutes bewegt. Dann bin ich 15 Jahre gewesen, von 2005 bis 2020 Gemeinderat der Stadtgemeinde Hollerbrunn. Auch das war mir sehr, sehr wichtig und es war eine sehr, sehr schöne Zeit, die ich nicht missen wollte. Da kann man nämlich für die Bürger vor Ort was machen, sich einbringen. Und das hat mir sehr, sehr getaugt. 2008 bin ich dann in den Nationalrat eingezogen. Da war ich dann, wie gesagt, Vorsitzender der AUF Josefstadt, Nationalrat und Gemeinderat. Das war meine politische Hochzeit. Da war ich in drei Funktionen tätig. Das hat mir auch sehr, sehr gefallen. Da war ich natürlich etwas jünger wie jetzt. und habe das sehr, sehr gerne und sehr, sehr gut gemacht und habe mich da sehr, sehr intensiv eingebracht. Und bin jetzt noch sehr, sehr gern Nationalrat, aber werde auch bei der nächsten Gemeinderatswahl in Ziersdorf als Gemeinderat kandidieren. Schauen wir mal, der Wähler entscheidet. Wir sind in der Politik, dass wir gewählt werden, dass das Vertrauen uns geschenkt wird. Und ich hoffe, dass ich dann mit 2025 Gemeinderat der Marktgemeinde Ziersdorf bin. Maximilian Linder, bin Bürgermeister von Afritz am See, bin im Nationalrat der Freiwilligensprecher und sitze hauptsächlich in den Ausschüssen Budget, Wirtschaft und dergleichen. Also alles, was mit Finanzen zu tun haben. Wo sind Sie geboren? Wo wohnen Sie aktuell? Geboren bin ich in Villach, wohnhaft in Afritz am See und wie gesagt, dort sei 20 Jahre Bürgermeister. Was sagt man gerne in Ihrer Gegend? Wo mich die Leute fragen, wie es mir geht, sage ich immer gut. Denn ein Bürgermeister kann es nicht gut gehen, denn wer hat Vertrauen, sein Bürgermeister, dem es nicht gut geht. Wohin in Österreich fahren Sie gerne für einen Ausflug oder auf Urlaub? Auf alle Fälle meine Heimat, die Nockberge, in denen ich irrsinnig gern wandern gehe und das einfach diese Berge, diese liebliche Bergwelt genieße. Was schmeckt Ihnen? Lieblingsessen ist auf alle Fälle ganz ein guter Stückchen Speck, dafür gebe ich alles. Und natürlich auch ein gutes Krägelmus dazu oder auch vielleicht hinterher ein Glas Wein ist etwas Wunderbaures. Ihre Beziehung zu Sport und Bewegung? Aktiv leidenschaftlicher Skitourengeher, das versuche ich im Winter wirklich immer wieder zu tun. Und passiv natürlich Heimatgemeinde von Matthias Mayer von dreifachen Olympiasieger. Da ist mir jedes Skirennen, das ich beobachten und zuschauen kann, ganz wichtig. Wie sind Sie am liebsten und häufigsten unterwegs? In der Heimatgemeinde, was geht es für, sonst mit dem Auto, aber nach Wien nur mit dem Zug, weil es einfach entspannend und angenehm ist und man Zeit hat zum Arbeiten im Zug. Haben Sie Haustiere? Ja, wir haben über 55 Rinder, also ich betrachte die alle als Haustiere. Wie entspannen Sie am besten? Eben im Winter mit einer Skitour oder sonst im Sommer einmal zu den Viechern auf die Alben gehen und dann vielleicht ein bisschen sitzen und eben den geliebten Speckhäsen. Das ist etwas Wunderbares zum Abschalten. Wobei werden Sie schwach? Wenn alle drei Enkelein kommen und mit dem Opa spülen wollen, da kann es mir sogar passieren, dass ich in der Gemeinde vom Besprechungstisch aufstehe und mit dem Bub in einer Runde ums Gemeinde umgeleif. Was kann Sie aufregen? Unehrlichkeit. Unehrlichkeit in Verhandlungen, Unehrlichkeit in Gesprächen. Das bringt mich maßlos in Fort, weil das einfach nicht sein kann. Es ist jedem die Wahrheit zumutbar und deswegen sage ich immer offen reden, aber ja nicht liegen. Wem wollten Sie schon immer was sagen? Das ist eher so, dass es manchmal Augenblicke gibt, wo man mit jemandem was machen will, die Zeit dafür nicht hat und hinterher dann vielleicht derjenige nicht mehr da ist. Und das ist manchmal passiert. Das verfolgt dann sehr, sehr lang, wo man die Zeit nicht nimmt, um vielleicht mit irgendjemandem etwas zu tun. Welche Person hat Sie geprägt? Ja, sicherlich jetzt auch auf die Politik bezogen. Mein großes Vorbild ist Jörg Haider, der es wie kein anderer verstanden hat, dem Klientel angepasst zu reden. Ganz unterschiedlich, ob er heute mit alten Leuten beieinander war, ob er heute mit Bauern beieinander war oder ob er dann in weiterer Folge mit Akademikern oder Weltpolitikern zusammen war. Er hat das immer verstanden, die richtigen Worte und die richtigen Maßnahmen zu setzen. Warum sind Sie zu den Freiheitlichen gegangen? Naja, es sind meine Großeltern beiderseits, waren schon VDU-Mitglieder, das heißt wirklich urfreiheitliche Familien von beiden Seiten her. Und ich habe als kleiner Bub schon, mein Vater war Gemeinderat, ich habe als kleiner Bub schon auf seiner Show sitzen können, bei den Fraktionssitzungen und zuhören, wie die Gemeindethemen besprochen sind worden. Wie war Ihr persönlicher Werdegang innerhalb der FPÖ? Ganz einfach, ich war auch immer natürlich ein Vereinsmensch. Ich bin in der Feuerwehr aktiv, ich war in der Landjugend aktiv, ich bin dann als 20-jähriger Satzgemeinderat geworden, sechs Jahre später Gemeinderat, dann weiteres, sechs Jahre später Vizebürgermeister und nochmal sechs Jahre später Bürgermeister und mit 44 Jahren dann im Nationalrat eingezogen das erste Mal. Und mir hat es immer Spaß gemacht, zu gestalten, dabei zu sein. Ich betrachte Politik durchaus als Dienstleistung an Menschen. Und das ist das Schöne, wenn die Leute da durchaus mit Problemen kommen und du kannst dich für sie einsetzen, du kannst ihnen helfen. Und das hat mich fasziniert, macht Spaß, ist schön. Und ich rate jeden an, die Stufen auch durchzumachen vom Gemeinderat in weiterer Folge vielleicht bis hinauf in den Nationalrat. Ich tue die Leute dort, die Maschine, die führen. Lachen